Hi, ich bin Anne. Heute möchte ich euch eines unserer neuen StyleSein-Segmente vorstellen, mit denen ihr ganz unkompliziert moderne Styles kreieren könnt. Verleiht zartem oder kraftlosem Haar mehr Volumen mit unserem neuen StyleSein-Volumen-Segment. Mit diesen Produkten erhält das Haar sofortige Fülle, Sprungkraft und das Haargefühl, nachdem es sich sehnt. Das StyleSein-Volumen-Segment verleiht allen KundInnen bis zu 100% mehr Volumen und bis zu 72 Stunden Schutz gegen Luftfeuchtigkeit und Frizz. Wir haben drei Produkte für euch. Wenn ihr feinen und kraftlosen Ansätzen mehr Volumen verleihen möchtet, empfehle ich euch das Ansatz-Volumen-Spray. Das füllgebende Brillant-Smooth ist perfekt, wenn ihr beim Föhn von feinem bis mittelstarkem Haar mehr Fülle kreieren möchtet. Und probiert unseren beliebten Klassiker füllgebendes Bändigungs-Mousse aus. Durch die unkomplizierte Handhabung verleiht es bis zu 100% mehr dauerhaftes Volumen und Fülle. Verwende das Mousse auf handtuchtrockenem Haar für bemerkenswerte Ergebnisse und wunderschön gestylte Looks, die voluminös und langanhaltend bleiben. Ihr möchtet mehr über StyleSein erfahren? Dann besuche unseren Goldwell Education Plus YouTube-Channel oder die Goldwell Education Plus App. Wir sehen uns dort!